Mein lieber Herr Gesangverein, wir schauen uns die Zeit nur mal an. Uli, wo warst du in dem Moment? Ich dachte du tauchst dahin oder so. Ja du, das ging zu schnell. Ich musste noch ein bisschen üben und ich habe auch die Handschuhe nicht an. Vielen Dank Klaus Fischer, ach guck mal das Sakko fehlt noch.